Ungefähr seitdem ich die hunderttausende Abonnentenmarke auf YouTube geknackt habe, denke ich mir so, rein statistisch müssten doch bei diesen vielen tausenden von Zuschauern auch einige richtig reiche Leute dabei sein, die mir viel Geld spenden wollen. Einer dieser reichen kam vor kurzem zum Vorschein. Die Begründung, warum mir der Dude Geld geschenkt hat, ist so crazy, dass das definitiv ein Video wert ist. Die Geschichte fing an, als ich vor einigen Wochen meine Kontoauszüge durchging. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich sah, dass mir da wer 1000 Euro überwiesen hatte. Etliche Begründungen, warum das Geld dort gelandet ist, schossen mir durch den Kopf. Hat der wer was versehentlich überwiesen? Ist das ein Fehler von der Bank? Um der Sache auf die Schliche zu gehen, durchsuchte ich alle meine Nachrichten, um zu schauen, ob mir irgendwer was dazu geschrieben hat. Und siehe da, es war eine E-Mail in meiner Inbox von einem Typen, der behauptete, dass er auf seinem letzten Ayahuasca-Trip alles verstanden hat. Er habe jetzt die Lösung auf alle Probleme der Menschheit. Allerdings sei er nicht so gut im Erklären, weshalb er mir die Lösung auf alles nicht einfach erklären könne. Zumindest nicht nüchtern. Als er auf Ayahuasca war, habe er WhatsApp-Nachrichten aufgenommen, die über mehrere Stunden gehen, in denen er diese Dinge genau erklärt. Und nur wenn man sich all diese stundenlange Nachrichten anhört, könne man den Sinn von allem und die Lösung von allem verstehen. Da er ja im Besitz der Lösung von allem war, wollte er diese möglichst weit verbreiten. Und ich mit meiner Reichweite war da natürlich ein perfekter Kandidat, um dabei zu helfen. Er machte deutlich, dass er sehr reich ist und dass er mir nur für das Anhören der WhatsApp-Nachrichten 1000 Euro zahlen würde. Wenn ich dann erstmal alles verstanden habe, würde er mir noch viel mehr Geld geben. Er hat es aber mit dem Ganzen so eilig, dass er mir die 1000 Euro überwies, bevor ich seine E-Mail überhaupt las. Ich habe dann ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Er schickte mir dabei unter anderem einige Texte und Sprachnachrichten, die den Anfang der Erklärung des Sinns und der Lösung von allem machen sollten. So, ich lese es mal kurz so ein bisschen Text vor. Hier, nun die allerletzte Wahrheit. Eigentlich ganz einfach, aber irgendwie auch nicht. Wir sind reine Liebe. Aber diese Liebe ist so unermesslich groß, dass wir Menschen, die in Wirklichkeit nur reines Bewusstsein sind, diese Liebe nicht ertragen können. Die Liebe ist so groß, dass unser Bewusstsein damit nicht klargekommen ist und sich aus dieser Widerstandsenergie das Ego gebildet hat. Das Ego ist natürlich nicht die Wirklichkeit, sondern eine Illusion. Das Ego versucht, uns von dem Unerträglichen zu schützen. Und wenn das Ego auch nur das Funkeln der Wahrheit, also die Liebe zulassen würde, dann wüsste es, dass die Liebe gewinnen würde. Die Hauptaussage, die ich mir aus seinen Sprachnachrichten und Texten mitgenommen habe, war, alles ist Liebe. Es kommt interessanterweise tatsächlich häufiger vor, dass Menschen, vor allem durch psychedelische Substanzen, zu diesem Schluss kommen. Also, dass alles Liebe ist. Seid ihr schon mal zu diesem Schluss gekommen, ist alles Liebe? Ich würde eher sagen, alles ist Danny Klose. Einige seiner Punkte konnte ich tatsächlich nachvollziehen. Er sagt ja auch so Dinge wie, das Ego ist eine Illusion und das sehe ich definitiv auch so. Aber das ist ja auch keine sonderlich neue Erkenntnis. Der Typ bat mir jedenfalls bis zu 100.000 Euro dafür, dass ich mit ihm die Welt aufkläre. Da diese Angebote kamen, als ich gerade unterwegs war, konnte ich noch nicht mal auf sein Angebot antworten, bevor er mir mitteilte, dass er jetzt doch eine andere Strategie fährt, wie er sein wertvolles Wissen verbreitet. Wenig später war dann sein Facebook-Account gelöscht. Bei dem i ist eine Umfrage, ob ihr ein solches Angebot angenommen hättet, erklärt in den Kommentaren, warum oder warum nicht. Ich selbst habe ja schon einige sehr lukrative Product Placements abgelehnt, weil ich mich nicht mit den Produkten identifizieren könnte. Aber für 100k würde ich auch Bibis Duschschaum bewerben. Den finde ich so oder so eigentlich ganz geil. Fuck, jetzt habe ich ihn kostenlos beworben. Glaubt ihr, dass es sein könnte, dass der Typ wirklich die Antwort auf alles hatte? Würdet ihr den Typen als verrückt bezeichnen? Für den Typ hoffe ich natürlich, dass er wirklich die absolute Wahrheit entdeckt hat. Vielen herzlichsten Dank nochmal für die 1000 Euro an dich persönlich. Ich hoffe, es geht dir gut. Falls ihr auch... Ich habe noch einige weitere solche geilen Zuschauer-Stories. Wenn ihr diese nicht verpassen wollt und ihr auch ein Open Mind 3000 habt, dann abonniert diesen Kabal.